Hier präsentieren wir die 5 besten Miele Staubsauger ohne Beuteltest. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Miele Blizzard CX-1 Cat & Dog Powerline Bodenstaubsauger. Beutelloses Vakuum mit Turbobürste für alle Tierliebhaber geeignet. Entfernt Haar und Fusselig dank der Turbobürste. Bei allen Miele Zylinder Hoover, kann das Kabel bequem in der Verwendung der Fußtaste gezogen werden, so gibt es keine Notwendigkeit, um zu beugen. Nummer 4. Miele Triflex HX-1 3 in 1 Beutelloser Akku-Handstaubsauger. Das erste Beutel und auch Akku-Dunzhand-Vakuum von Miele. Der Triflex HX-1 ist ein 3 in 1 Batterie-Handstab, der vor Auswahl platzt. Die Triflex HX-1 Vortex-Technologie, kombiniert mit der leistungsstarken elektrischen Bürste, ist so effektiv wie Mieles leistungsstärkster Zylinder Hoover. Ein HEPA-Filter sorgt zusätzlich dafür, dass auch feinste Fragmente erhalten bleiben. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Miele Blizzard CX-1 Park wird Ecoline Bodenstaubsauger. Der Mielers Nov Storm Kündrikal Tuber Hoover hat 3 hochwertige Geräte als Kriterium. Die Polsterbüse sowie die Spaltbüse sind in das Werkzeug integriert. Eine Saugbürste ist direkt in die Eco-Comfort-Verwaltung integriert oder kommt separat mit dem Gerät. Das Convenience Telescope Pro im einzigartigen Miele-Design kann ohne Mühe auf die gewünschte Betriebshöhe herausgenommen werden und klickt auch in die Position. Der Schmutzbehälter kann mit einer Aktivität nach oben befreit werden und auch mit nur einem Klick eines Knopfes entleert sich der Behälter senkrecht direkt in den Abfallbehälter. Nummer 2. Miele 10.886.650. Ein zündrischer Röhrenhover hat die zeitlose Schiebeform und folgt Ihnen dank seiner leichtgängigen Walzen bequem durch den Raum. Das Gewicht des Geräts liegt praktisch vollständig auf dem Boden. Dies deutet darauf hin, dass man auch riesige Flächen angenehm saugen kann. Das Convenience Telescope Pro in exklusiven Miele-Stil lässt sich mit Leichtigkeit in die bevorzugte Betriebshöhe herausziehen und klickt direkt in den Bereich. Die vergrößerte Größe erhöht die Menge des Luftstroms und unterstützt somit die hervorragenden Reinigungsergebnisse. Kleine Details wie die Gummi-Finish auf der Oberseite sind sinnvoll. Wenn das Rohr die Wannoberfläche überfällt, wird es sicherlich nicht gleiten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Miele Blizzard CX-1 Powerline. Dank modernster Vortex-Technologie erzeugt der Staubsauger ein sehr hohes Luftergebnis von über 100 Stundenkilometer. Grober sowie Feinstaub kann vollständig absorbiert werden. Das Ergebnis ist eine erstklassige Reinigungsleistung. Grober und auch großer Schmutz werden in zwei verschiedenen Behältern gesammelt. Mit dieser neuen Art der Staubabscheidung kann der Staub geteilt und auch hygienisch entleert werden, ohne dass der Schmutz aufgewirbelt wird. Ein Betriebsabstand von 11 Metern macht es auch einfach, große Räume zu reinigen, ohne die Steckdose zu verändern. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.